Weißt du auch, ein Paxen drauf. Was haben wir hier mit dir angehen? Was denn? Was denn? Was? Was? Das ist richtig gierig, gell? Tja, was ist das? Schütteln würde ich mir einbeißen. Was? Was? Jawoll, super! So, ja, fein! Arme Augen, fahm ich auf den Tultegling und Figuranten. Ja, was denn? 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 Alle in die Schatzung bei drauf. Du weißt nicht, oder warum. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn?